Hier sind wir in Oxford Street. Heute haben wir ein bisschen schlechteres Wetter. Hier kann man richtig schön einkaufen gehen. Matthias ist heute ein bisschen genervt, weil die Aden durcheinander werden könnten. Hubert hat auch schon eingekauft, hat sich ein paar schöne Schuhe gekauft, ein paar Sportschuhe. Hier ist total begeistert in Oxford Street und hier ist heute Spanisch eine Demo oder so etwas.